Herzlich Willkommen zurück zu AI The Somnium Files. Wir haben letztes Mal mit Mizuki gesprochen, ja, sie kann widersprechen und sie stemmt 50 Kilo. Jetzt sprechen wir mit der Person, die sie wieder aufgeweckt hat, mit der Lehrerin und ich bin hier wieder rausgetappt. Eieieiei. Ähm... Erstmal angucken. Datei, etwas zieht meine Augen. Hitomis rechte Schulter. Use the X-Ray. Why? You'll see. Okay, hält sie sich ja auch so komisch. Nutzen wir mal. Was ist das? Das... A plate of medical grade titanium in her rechten Schulter. Hmm. Okay. Die Tomi hat eine Metallplatte in ihrer rechten Schulter. Okay. Ähm... Du bist ihre... Du bist ihre Lehrerin? Yes, elementary school. I didn't know you taught at Mizuki school. Aber elementary ist doch Grundschule und... Nee. Grundschule, primary school oder elementary school? I didn't know, Mizuki was living with you. I knew about her circumstances with Renju, but he described you as a relative. Tja. But I suppose not. Mizuki explained the situation to me. Mizuki lebt hier mit mir. Aber ich bin nicht ihr Vormund. Ähm... Deswegen war ich nie mit ihr in der Schule oder irgendwas ähnliches. Das ist alles Sache von Renju. Er mag nicht gut sein, darin sein, sie aufzuziehen, aber er ist ihr Vater. Er macht den ganzen geschäftlichen Graben. Oder organisatorischen Graben. Das war eine der Bedingungen, die ich gestellt habe, um Mizuki aufzunehmen. Wie ist Mizuki in der Schule? Er ist ein bisschen ruhig, aber sie ist eine sehr wunderschöne Frau. Und mehr als alles, sie ist kind. Kind? Wenn ich mit schweren Bäste bin, sie kommen und helfen mir, ohne mich zu fragen. Wenn ich probleme, sie manchmal holen, sie holen, sie geben mir, um mir zu geben. Nicht, dass sie eine perfekte disciplinäre Rekord haben. Aber sie ist eine gute Frau. Was ist auf ihr Rekord? Es gibt ein paar Worte. Once, sie verletzt aus all die Frogs, die waren zu benutzen für Science-Klasse. Another time, sie punched the bully so hard, that he chipped a tooth. Sounds like more than just incidents. But I like that about her. She's a little clumsy. And just like Renju. Ja, wie hast du sie dazu gebracht, wieder zu sprechen? You know what? I actually don't know. I didn't do anything special. I just held her against me. Held her? I was hugging her close to me all night. When Dawn came, I heard her say, teacher. And then she started to cry. As you can see, she's fine now. She had a lot bottled up. It came out with tears, I think. You said you and Renju knew each other from high school, right? Ah, oder? Dass sie wirklich nur die Lehrerin von dem ist. Yes. At Eitoku High. And you work at the public school here? That's right. A district elementary school. Is that a coincidence? You becoming the teacher of your friend's kid? Well, I hadn't always planned on being a teacher, but... It wasn't a coincidence that Mizuki ended up in my class. Ja, ob es denn ihr Zufall war, oder? Oder ob sie es so eingerichtet hat, dass sie dann in ihrer Klasse ist. Offiziell lebt Mizuki in Renjus Haus. Ähm, ihre lokale Schule ist ziemlich weit weg von meinem Haus. Mizuki nimmt jeden Morgen den Zug, um dort hinzukommen. Interessant. Ähm, entschuldigen Sie, dass ich Sie über Ihren echten Arm frage, ausfrage. Oh, ist es dich beschäftigt? Kannst du es nicht verändern? Nein. Ich kann es nicht even fühlen, ich bin Angst. War es ein Erkrankung? Ich glaube, du könntest es so nennen. Über sechs Jahre ago, ich war in der Schulter. Schon wieder diese sechs Jahre. Die Nerven sind tot und... Anyway. Die Geschichte ist, dass ein Tag ein Kriminein in meinem Haus brach. Wir. Es sind bestimmt wir. Er war eine Runde. Von der Weise, wie er sprach, er sahen. Auf jeden Fall ist es der, den wir in unserem Traum gesehen haben. Drugs? Vielleicht. Die Polizei-Statement sagte, dass er nicht unter der Influenz von nichts. Irgendwas haben wir damit zu tun. Ganz sicher. Was? Der Traum, den ich gesehen habe. Ja, ganz genau. Hier, nochmal zusammenfassen. Anyway, Mizuki has recovered from her aphonia. Isn't that wonderful? Yeah. I did not know that Hitomi was Mizuki's Homeroom-Teacher. Hmm. Is there something wrong? No. It's nothing. Okay, dann sind wir hier durch. Und auf ins Zentralkrankenhaus. Zentralkrankenhaus. Sonntag. Äh, das Bett ist leer. Er ist hier. Ein TV. Ein LCD-Fernseher. Ähm, was haben wir denn hier? Einen Monitor. Ja gut. Oder Überwachung, ne? Er wird mir das benutzt wird, um Lebenszeichen aufzunehmen oder darzustellen. Ähm, es erfasst Herzrate, Blutdruck und die Körpertemperatur auf dem Monitor. Tja, haben wir hier nicht. So, Cupboard können wir nochmal gucken. Ja, ist auch nichts Besonderes. Der Vorhang. Hat's Trennwand benutzt. Ah, die Krankenschwester. Guten Tag. Kommen wir uns mal an. Dort steht eine Krankenschwester. Ja. Wo ist er? Er ist nicht hier. Das war nicht die Frage. Wie ihr seht. Die Frage war ja nicht, wo ist er nicht, sondern wo ist er? Ja. Und... Sie sind? Ich bin eine Nürz. Ich arbeite hier. Ich bin an Mr. Okira. Ach, hier gibt es so viel Auskunft. Ähm, wo sind wir? Mr. Okira. Ich bin sicher davon. Und wo ist Renju? Oh. Er ist in der Nacht. In der Nacht? Mr. Okira hat er mit internen Anfragen. Die Anfragen war erfolgreich. Aber er war in keinem Verhalten, um zu移ern. Er hätte seine Wände abgetan können und dann wäre er in realen Trouble. Realen Trouble, hm? Er... 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 Er war in der Anfragen, um zu移ern. Das ist nicht so verrückt, aber... Es gibt mehr. Ich kann dich nicht erreichen, um zu beherrschen. Er hat nicht versucht, Mizuki in dem Krankenhaus zu besuchen. Selbst wenn er seine Daughter ist und ein traumatisches Event verletzt hat. Selbst all das. Er riecht von dem Krankenhaus. Selbst mit substanziellen Anfragen. Vielleicht ist das ein Erdächt. Ist ja der Einzige, den wir haben als Verdächtigen. Okay. Äh... Ja. Was für eine Art von Angestellten oder Ausbildung haben wir hier eigentlich? Wie auch immer. Ähm... Ich teilte ihm meinen Namen mit und erzählte ihn über Renju. Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Oh, sorry. Keine Ahnung. Ich versuche, ihn auch mit ihm zu beherrschen. So far nichts. Ich bin mir gefroren. Er muss jetzt ein Müll sein. Oh, warte. Vielleicht ist er im Maid Café. Maid Café? Du meinst Sunfish Pocket? Ja, das ist der. Aus keinem. Woher hat Renju gesagt, ich werde einen Sunfish Pocket ausbauen. Ich glaube, er würde eine secretische Party oder so. Aber mit dem Erdächtnis und allem. Also, er könnte da sein. Ich kannte das Sunfish Pocket. Renju sprach häufig davon. Er läuft Lemniskate as well as that Maid Café. Ja, gut. Mal gucken, ob wir ihn da finden. Danke. Du hast sehr hilfreich. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Sunfish Pocket, hm? Auf jeden Fall. Dann gehen wir doch da mal hin. Sunfish Pocket. Sunfish Pocket, Sonntag. Welcome home, Sea King. Hey, yeah. Sea King? Oh, is this your first time here? Uh, sorry. I'm not here as a customer. I need to talk to someone about something. Ist der da? Da hinten vielleicht? Ach, nicht der schon wieder. Geis, Kind. Entschuldigung. Oh, Sir! Oh, warte mal! Date? Yep. Begeisterung sieht auch anders aus. So, können wir erstmal was bestellen hier? Was ist der Meerkönig? Sehr unterwürfig. Was? Everyone working here is a real mermaid. Ja, is klar. But you have legs. They were a gift from Poseidon. We were given legs and feet. So that we can gather riches and foreign currency in the labor market. Date, let's go. No, not yet. Still so much to learn. Not listen to her Siren song. Ach, schön. Ähm. Äh, da steht da Intro. Introductions. Einführung. Vorstellen. By the way, I didn't introduce myself yet. Vorstellung. I'm Konami Date of the Metropolitan Police Department. You're a detective? Something like that. Äh, Strangio hier. No, he never showed up. When was the last time he came here? Hm, let me think. He's just the owner, not the manager. So, he comes sometimes, but not all that often. Okay, dann, äh, X-Ray, warum auch immer. Ein schönes Skelett hast du da. Date, I must be the bearer of bad news. Even with X-Ray, her clothes will not turn transparent. Your heart rate and blood pressure is rising. The concentration of phenylethylamine in your blood is rising rapidly. What are you excited about? Das ist auch so, sie hat ein sehr schönes Skelett. Äh, so, mein Freund. Oh, ein Omelette mit Reis. Sieht sehr gut aus. Oder Reis mit Ei? Sieht schon eher aus wie ein Omelette. Wahrscheinlich mit Reis gefüllt. Cream Soda. Hm? Klingt genau richtig für Ota. So, die Speisekarte. Option an, 2000 Yen. Und was ist an? Können wir das fragen? Nein, können wir nicht. Dann sprechen wir mal mit Ota. Schauen wir uns erstmal an. Ota sitzt mir gegenüber. Ja, richtig. Hast du Renju gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ist das mit dem, was passiert? So sieht es aus. Tja. So sieht es aus. Ich bin so ein piece of shit. Ich sollte stehen. Ich sollte etwas machen. Ich wollte das machen. Oh, ist es zu essen, Ota? Ja. Geräuschlich. Das Omelette. Äh, okay. Hier sind doch alle verrückt geworden. Ja. Ähm. Bist du normalerweise hier? Ja. Ja. Ich komme hier wenn ich Zeit und Geld habe. Ich war hier auch hier. Ich war hier auch. Ich war hier auch. Around 6.30 Uhr, ich glaube. Aber ich konnte nicht in. Ich sah ein sign an der Entranceen das sagt, das ganze Ort wurde in einem Ort für eine Party. Aber ich kam all die zu Akihabara, duißt? Ich wollte nur nicht nach Hause. Da war was? Äh, warum bist du hier? Ja, okay, haben die da nicht so eine Aufzeichnungsfunktion? Vielleicht hat sie es nicht aktiviert, bestimmt nicht. Okay, everyone, here's my debut song. Let's hit it! Ich dachte, wir könnten sie mal singen hören. Okay, one second, I'm coming! Tja. Sorry everyone, something came up. But I've got to go for now. I'll sing the rest next time. Vielleicht doch besser so. Tja, was ist da passiert? Hm. Wann tauchte dieser Besucher auf? One hour into the stream, so about 2 am? That's weird, right? Someone coming to visit at 2 in the morning? And then she leaves? She looked really serious too. I was worried about her, so I tried to call, but she didn't answer. She didn't read any of my Niall messages either. Hä, wieso denn? Warum? Tessa used to work here. She made a lot of friends. I'm one of them. But I don't know what she's up to. I asked the other girls too, but no one knows anything. Iba, call Iris. The number you are attempting to dial is either offline or unavailable. Hm. No way. Nicht, dass sie das nächste Opfer ist. Anyway, Prophecies sind einfach nicht möglich. Genau, beruhigen wir uns erstmal wieder. Nicht möglich. Vielleicht. Nein, nichts. Ich wundere, ob Tessa okay ist. Ich bin so worried about her. Ich kann gar nicht essen. Aber er... Er schafft's trotzdem. Ja, ähm... Was hat es mit dem Speer auf sich? Ein Dreizack. Ein Dreizack. Ein Dreizack, ja. Es gehört zu Poseidon. Gott des Seals. Du weißt, ein Trident. Warum hast du das? Wir behandeln unsere Kunden wie die Lorde des Seals. Wir geben ihnen diese Tridenten. Es ist wie ein kleines Ranking-System, das wir machen. Die Farbe verändert sich auf eurem Rang. Es gibt Bronze, Silber, Gold, Platinum. Und auf der very top? Oder ein Calcum. Oha. Ach hier, da. Da ist auch so ein Speer. Da auch. So, das ist grundsätzlich, wie viel Geld ihr an diesen Mädchen verwendet habt. Oh, das klingt nicht sehr nett. Es ist mehr als... ein Weg, um ihre Vanity zu verhindern. Um unsere Kunden von ihren Geld zu verhindern, so viel wie möglich. Genau. Das klingt noch schlimmer. Was ist denn mit deinem Dreizack? Besser als der, der hat nur Bronze. Wie viel hast du das? Ähm... ca. 200.000 Yen. Wenn ich jetzt noch den Umrechnungskurs wüsste. Ich verstehe plötzlich, warum jemand einen anderen Menschen will. Datei, Renju ist nicht in diesem Ort. Wir haben andere Bereiche, die wir suchen müssen. Ja, du bist richtig.